Musik 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 Die Maische hier reingefüllt und jetzt wird das gedreht. Und dann kommt hier unten ein... Musik 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 Das sind jetzt die Tresten, die werden jetzt in die Eimer in den Kübel gefüllt. Und die kommen dann auf unserem Schulkomposthaufen. Und dann wird alles neu gemacht. Dann kommen die Tresten, die vorher noch gepresst wurden. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.